so und herzlich willkommen in der nächsten und weiteren folge von mir im discord channel ich habe meinen eigenen disco channel heute eröffnet wir haben hier vorstellung einmal den willkommen kanal den games download das heißt wenn ich games brauche ich gespielt habe bricht das selber runter kopiert habe dann könnt ihr das gerne haben dann haben wir hier weil sie irgendwelche kanal kanal irgendwelche videos habt ihr vorschlag dann haben wir die gerne da und hier ist natürlich der talk einfach so normaler talk wenn irgendwelche fragen habt oder ähnliches ich werde auf jeden fall hier auf jeden fall zu erreichen ich werde meinen diesen link werde ich hier bei mir in sunny game einfügen jedes mal in die beschreibung und sofort wenn irgendwelche fragen habt einfach direkt schreiben ja bis dann wir sehen uns in der fall so und herzlich willkommen der nächsten und weiteren folge ich bin wirklich mega froh wegen den 20 abonnenten wirklich happy ich freue mich natürlich auf jedes weitere abo und bitte lasst mir doch immer gerne ein like und abo da und dann kommt jetzt bitte folge los bis dann so und herzlich willkommen in der nächsten und weiteren folge von hier ist das spiel stranger im letzten mal sind das tutorial so ein bisschen durchgemacht jetzt machen wir mal im spiel wirklich weiter hey stranger before we let you into town we gotta take your weapons was is me's gots to take blisters to jail blistert er ist blistert kurze zeit später taucht ein fremder auf in der stadt rund und stöhnt das spiel ist schon cool digger ich schwörs euch das kommt mir so vor als hätte ich dexter spielen würde ich dexter spielen richtig cool cool also sind mir kopfgeld hier irgendwo und gehen auf kopfgeldjagd we need to find that bounty store aber in den spiel geht's dann meistens auch voll um geld wasserwerk opel fahren man die haben mir meine wochen abgenommen hier got to get paid at the bounty store also ich verstehe ich verstehe diesen move nicht so ganz das west ist wegen schwierigen banditen aktiviert im wasserwerk geschlossen das hier auch geschlossen doch immer auch das notice sich öffnet sich erst wenn du offiziell zu kopfgeld eintreibung beauftragt worden bist ok aber dann sag mir doch wenigstens wo ich hin muss so eine route oder so schnauze wo ist aden außerbetrieb verstehe das sache nicht hier mit wie gehts jetzt weiter mit dem museum kann ich hier spielen das sagen die halt hier nicht ich hab wacke wegged alter wir haben ja einem festgebagged gerade klatschen mit den 10 müssen durch LOL Geld Tante Emma-Laden... Dein Ernst? Die haben das echt Tante Hannah-Naden genannt? Irgendwann du dich abgeriegt hast. Okay, now look. We're coming out now and get back to work. So no more Ruffhousing and beating the peckerhead, okay? Here we come. Okay. Was ist das hier für ein Naden? Was ist das hier für ein Naden? Oh, heidi, Stranger! Du kriegst den Rest von ihnen aus, wie du den einen baggst, und wir können zurück auf unsere Füte kommen. War das der Knaz vorhin, oder? Aha, was ist das? Digga, kennt ihr diesen einen Film, Digga? Wo der einen, glaube ich, jünger wurde oder so. Irgendwie in so einer Richtung. Wurde älter? Älter! Ich glaube, er wurde älter, ne? Mit diesem Laden. Mit diesem kleinen Scheiß, da, weil er es sich so gewünscht hat. Genau so war das. Aber wie geht's jetzt weiter? Kopf, Geld, Stube. Ja. Nächster wird so ein bisschen mehr so... Hey, willkommen in der Baguier-Store! Ich komme nach der Baguier-Store. Du solltest du mit der Baguier-Store blisterst. Ja, das stimmt. Aber ich bin, äh, für Doc. Ich brauche ihn, äh, für den Problem. Well, Doc ist in seinem Mungo-Office, aber er wird hier bald wieder zurück. In der Zwischenzeit, werde ich die Outlaw-Store geholfen, und ich habe ein paar mehr für dich. Uh-huh. 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 Okay. Hey, Stranger! I need you to bag filthy hands Floyd! He's been pestering our wagons for months, and saying he ain't even got serious yet. Head through the North Gate, until you find the wagons. Ich hab's verstanden. Hm? Ja, ich hab's verstanden. Ja, ich hab's verstanden. Ach, jetzt seh ich mal was. Ich hab's verstanden. Aufgemacht. Oh, der Schneider. Das ist, ne? Ah, ich hab's zurück. Ehh. Einige, Mensch. Ehh. 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 Wie hieß denn da noch mal? Mit CatBank! Hat er mir ernsthaft meine ganzen Muni abgenommen? Besser. Okay, dann müssen wir mit den Muni anfangen. Hey Floyd! It's too dangerous to keep opening and closing the door! Yeah. Huh? Ach so, ich bin schon voll! Mhm. Ich hab da jetzt... Gotta head north to the wagon train, and find that filthy Hans Floyd. Ich weiß nicht, wie es geht, aber... Und ich hab da einen Weg nach oben. Geht in Dorn! Er ist freaking out wie ein wild man! Ach so... Geht in Dorn! Aber rein komm ich da nicht! Ach Gott! Gibt es denn nur Arme mit Corona hier? Oh ja, den Typ nicht von da runter gehauen hat, richtig? Und wie kann ich eigentlich beschleunigen hier? Ah! Ah! Aua! Ah! Ja man, ich will keine Chicken ausrauben hier! Meine Fresse! Geh doch aus dem Weg, Mann! Müsst du was machen? Nervend dich aus, Bruna! Flucht! Fiss dich! W-A-S! W-A-S! Was?! Äh... Do n-do 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 n... What the hell, hä? Ich glaube ich muss vorher abspringen Ich krieg nicht von dem mittelten Sprung Hier war's zur Hölle, Digger Schnauze, du Fisch Ich krieg den Sprung nicht hin, das gibt's doch gar nicht Warum hat er denn jetzt ... Na klar doch, kann ich bei mir auch picken Nee, sieht nicht so aus, die sind fest im Spielen triggiert Digger sind hier Ja mein Digger, was ist das mit dem ich im Move eigentlich, warum schlägt er nicht ganz normal zu So mit der Handhauber, das ist alles blöd Also Ja, die sind wirklich gut für den Bernidenfessel, ne? Du hast einen Bonamiten, sitzt im Bonamiten und gegen nach Und jetzt voll? Nein Und jetzt voll Ich muss einen hier, wenn sie hochgehen Ich muss einen hier, wenn die hochgehen Ja, ich vergesse immer das auch Ich will sie lebend haben Ich habe einen Wagen-Train Ich habe einen Wagen-Train. Ich habe einen Wagen-Train. Die Steigerung ist ein bisschen gewinnungsbedürftig Aber an sich das Spiel ist schon geil, hat schon was Auf geht's Jäger Ich denke, wir sind alle bereit Gut, denn hier kommen sie! Geht in die Position! Hold it! Hold it! Hold it! Now! Gotcha! Ha! Damn! Das sollte sie stopen! Okay, guard die Stadt! Make sure no one gets past us to the other wagons! 9 von 10 9 von 10 Was heißt eigentlich die Zahl dahinter? 17 von 10 the fbayern 10 von 10 die Ma mal! 0 Hey, was soll man dann hier am Brunnen? Was heißt das 4? Ich stand noch 10 von 10, warum sagt man hier 4? Was ist denn hier weiter? Hm? Oh, die Maps sagten, sie gehen dort weiter. Aber wie? Und da kam ich. Lol. Statt. Must one pass. Aha, ok. Hm, komm ich da jetzt weiter? Ah, hier ist ein zweiter. Kann ich die Bedien? Ja, schießt der Messer nach dir gegen so? Kann ich das... Warte mal. Ich verstehe das gerade nicht. Also, laut dem Ding muss ich hier... Also, laut dem Ding muss ich hier... Wieso kann ich hier die zweite Bombe nicht aktivieren? Mal überlegen, wie geht's hier weiter? Da geht's weiter, ich sehe es. Und dieses Drsch... Dieses Drsch... Dieses Drsch... Dieses Drsch... Das ist dein Fuzzle. Wenn du Fuzzle abweist, da geraten... Meine glauben, wir kommen her und nehmen Schaden. Du kannst den Fuzzle auch fallen legen, wenn du sie auf dem Boden verlierst. Hm? Sehr geil. Wie geht's jetzt weiter? Aha, hier... Ah, hier geht's hoch. Ja. Noch höher. Daftalouf. Ja, hier geht's. Oh, das ist doch schon. Daftalouf. Oh, hier geht's! Oh, daftalouf. Oh, daftalouf. 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 Naftalouf. Das ist echt. you banners just leave us alone now you hear? you banners just leave us alone now you hear? ooh, I'm lost attacking! oh, oh! oh, oh! oh, oh, oh! oh, oh! oh, oh! oh, oh, oh! oh, oh! oh, oh! oh, oh! oh, oh! oh, oh! Can I do this for example? oh, yes, I understand, cool, okay, 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 okay I don't want to do this yet, so I can show you. One to hold! włos? there is another one there, two Komm noch zwei Warum steht der Laminig gefangen 20 Verstehe das ganze jetzt noch nicht ganz aber Puh, glad you showed up, I thought we were done for Well, looks like them outlaws block the road to town Yeah, those stinky bastards got us good this time Hmm, I think there's a mine shaft around here that'll get us to town Where is it? I could swear it was over here No, no, that's not it Oh, maybe over here Now, what was I looking for again? Oops Filthy hands, Floyd I'm taking you in Alive or a corpse It's your choice Looks like we got company, boys Let's give them a warm welcome Okay I'm gonna wear your head like a hat I don't know Cool That dude's a spooking digger Lloyd's toast! I'm getting the heck out of here! Oh yeah Huh, finally, those outlaws are out of here! Yeah, but I think I messed my drawers! Haha, it's your underwear! Billy, whoo, damn it stinks in there! Hmm Hmm Now it's through the mine out of here This game is really cool, dude! I'm going to celebrate it! You showed them outlaws! Good thing too, because this mine leads straight to town! Well, it's safe for me to leave it open now! I'd better see how those wagon trains is holding up! So, we're making a small cut in the episode Okay, we're making a small cut in the video Okay, we're making a small cut in the episode If it's all right, let us like the like button, please see us again in the next episode Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.